Rauchst du auch bloß eine halbe oder ziehst du das Ding, ballerst du so weg? Nö, nö. Ich rauch ja halt auch hier, wo ich stolke. Die selbst gestopften? Nö, nö. Okay. Normale. Also ich finde eigentlich so, das Ding ist eigentlich das optimale Skill-based Matchmaking. Du weißt sogar, auf was du dich einlässt, weil ich glaube nicht, dass Platin gegen Bronze spielt oder sowas. Nö, allerhöchstens hast du mal einen Silberspieler da drin oder so. Oh ja? Das ist dann immer ausgeglichen, wenn du auch im Team Silberspieler hast. Okay. Jetzt müsstest du oben links bei dir sehen, da leuchtet dein Symbol auch in so Flammen und sowas. Oh ja, oh, geil. Ja, und wenn wir jetzt einmal verlieren, ist die Flamme ja losch. Nein. Die Flamme muss brennen, haltet die Flamme am Leben. Ja. Ich starte, ne? Mhm. Aber ich habe eine Idee, Zoo-Wärter noch, Zoo-Wärter, da sind wir schon drei. Ist er dabei? Ich weiß es nicht, aber die Sachen müsste auch mal wieder, hat er auch mal wieder Bock zu spielen. Sehr geil. Die Season geht ja noch eine Weile. Zoo-Wärter macht erst mal seine Prüfung nächste Woche. Genau. Konzentriert sich darauf und dann können wir hier zocken. Eine scheiß Drammung. Mhm. Der keine Ahnung hat, weißt du? Ja, ja. Die sieht jetzt nicht so besonders geil aus. Okay, die Stellung ist ja, ist ja, ist ja geil. Wollen wir machen. Oh, oh, hier war ja schon ewig nicht mehr. Stecken. Da sitzen sie mal gerne in Treppenhäusern oder in den Büros und schießen aus dem Fenster und so. Ganz genau, ganz genau. Wieso 30 Sekunden, Alter? Was dauert denn? Müssen die anderen nochmal hier ein Brot backen oder was? Keine Ahnung. Was dauert da? Mhm. Ich will los. Ehrlich? Ich stehe sie die ganze Zeit da. Mhm. Aber wahrscheinlich kommt das aus der Profiszene. Die bereiten sich dann mental so. Gehen in sich. Noch ein Gebet. Wir sind in Führung. Scheiße, ich dachte das war ein Maid, da habe ich aufgehört zu feuern. Ok, direkt nächste Stellung, die andere vergessen wir erstmal. Ja, ja. Nein. Oh. 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 Alter, das brach hier an der Schuss, Junge. Der rennt hier mit einem Messer rum. Ja. Das bin ich so ein Fenster-Assi. Ob das rediert. Nein, ich wollte ihm in die Fresse hauen, das ist mal der Typ mit einem Messer, Alter. Da kannst du den Gewehrkolpenschlag vergessen. Die Sonne ging hier aber anscheinend auf dem Deckel. Ja. Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Ja, bin ich doof. Oh, Alter. Mann. Mein eigener Typ sticht mich ab. Schmeiß ich mir das Samtex selbst auf den Wanst, Alter. Jetzt macht er die Tür zu, der Idiot. Ja, wir kriegen auf den Sack, wir verlieren wieder. Ja, aber als Mensch. Ich weiß auch nicht, warum mein eigener Mate mich einfach abschiebt. Das kann doch nicht sein, ey. Also, ich weiß auch nicht, wenn wir uns nicht übernehmen. Komm schon auf den Sack. Das kann doch nicht sein, ey. Nichts mit dem Messer, Alter. Kannst du dir an deinen Arsch stecken. Nein, ich dachte mir, Alter, da war doch was. Aber dann dachte ich, nee, du spinnst so schnell. Wo ist jetzt die scheiß Stellung? Hier kriecht der Schlangenartig durchs Gebälk. Bestehe die nächste Stellung. Bereithalten. Stellung kompromittiert. Den Bereich zu starten. Das Ort aktualisiert. Die Stellung einnehmen. Bedrohung in den Perimeter. Oh nein. Wegen dem Arschloch konnte ich meinen Kill nicht holen. Das ist unser eigener, der uns getötet hat, ne? Was? Ehrlich? Sahne schnütteln. Ist klar, Alter. Rennen erst mal hier, Junge. Wieder die Ölte Blitz. Deine Mutter, Junge, ist ein Messer. Scharf. Begrüßt. Begrüßt. Bereit machen. Feindliche Ziele bei der Stellung. Gehgebiet aktualisiert. Zur Stellung begeben. Nein, oh ja. Da brauchst du schon so eine Ratte oben, der mit dem Messer, die Ratte des Sacks. Ja der mit dem Messer ist echt ekelhaft. Na hoch. Der rennt einfach durch alles durch. Du kannst schießen, ist egal. Mist. Oh, haben wir aufs Maul gekriegt, Alter. Ja. Hier, der ganz große Held. Der ganz große Held. Hängt nur die 20 Dinger. Ja, aber dafür wenig in der Stellung, man. Ist auch nicht zielführend. Naja, ich bin aber nicht in der Stellung. Aber hab's halt die ganze Zeit versucht. Hat nicht geklappt. Ja, direkt wieder mal. Ein bisschen Minuspunkte aufpassen. Oh, Minus 30. So, muss ich gehen. Ach, nichts geht.